Hallo liebe Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Ebelsbach. So, ich bin hier am Kuhhof angekommen und eben hat das Telefon geklingelt. Jetzt kriegst du mal an. Ja, hallo? Halli, hallo Chef. Ah, die Klara. Servus. Servus. Das Fass habe ich bei einem, die abgeben. Ja. Ja, prüft das. Der Kuhhof möchte dann wieder ein Volles haben. Aber es ist doch wieder voll. Okay, dann kannst du direkt wieder hinfahren. Es waren aber noch 2000 Trainer und ich habe gesagt, ich nehme es aber trotzdem mit, weil es ist mir einfach zu gefährlich, das so zu stehen lassen. Ja, 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 das ist egal. Die kriegen ja eh nur, dass berechtigt, was reingeht, ne? Genau. Und ich soll noch Ballets fahren als Karsten, oder? Ja. Das müssen wir mal gucken, wann du das am besten machst. Ich weiß nicht, ähm... Es ist mal als Ballets fahren jetzt. Und bringen dann das Fass noch zum Kuhhof. Ja, genau. Die ich weiß nicht, ich glaube, der hat einen Anhänger da stehen von uns, ne? Ja, soll ich da noch mitnehmen, oder? Du kannst auch eine... mit dem LKW hinfahren mit willst. Ja. Nimmst eine Brücke mit. Brückst seine ab. Also die Leere stellst du ihm hin und holst eine Volle wieder mit. Okay, das werden wir machen. Und fährst dann dann und dann stellst du die Leere wieder bei unserem Hof ab. Das geht auch. Jawohl. Das kannst du auch machen. Alles klar. Passt. Bis später. Tschüss. Bis später. 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 So, die ist die beste Jude. Und mit Seite in New Orleans geht es auch ganz gut, ein ganz schöner Trecker. Passt schon. Jetzt rege ich das mit der gescheuerten Stromleitung da. Spannende Stromleitung. Spannende Stromleitung. Spannende Stromleitung. Spannende Stromleitung. Vielen Dank. Das passt jetzt gerade durch. Wir nehmen das gleiche jetzt. Vielen Dank. Vielen Dank. Das beamt ganz schön weg hier. Dann holen wir noch ein Pferdchen. Durch Bewegung nochmal in die Ecke hier. Okay. 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 Und folie da. 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 Und auf geht's. Das schwenkt ganz schön aus, wenn wir so ein bisschen Kurven fertig sind. Und folie da. 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 Ja, also kriegen wir noch 2000. Genau, er muss ja jetzt grüßen an, er sollt ihr 2000 überweisen und fertig. Okay. Hast du abgebrückt oder wie hast du gemacht? Ihr habt ja eine Brücke weg, nochmal und der andere habe ich drüben gesteckt. Genau, okay. Ich habe extra ausgetauscht. Alles klar, passt. Okay. Tschüss. Jo, tschüss. So. Das würde genau passen hier auf den Acker. Das wäre ja wirklich cool. So. Passt. Zuglappen. Jetzt wird eh schon dunkel und jetzt fahren wir nach Hause. Und dann gehen wir schlafen. Und gut ist. So. Abo gut, liebe Freunde. Die Heimfahrt war heute, jetzt dabei zu sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, ein Abo wäre ein Dräumchen. Und wenn ihr mit uns reden wollt, kommt im Teamspeak vorbei. Die Nummer steht in der Videobeschreibung und bis dahin, bis dahin, bis dahin, haut rein. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.